ARD Text im Auftrag von Funk Jo, kommt doch mal rein hier! Jo, Nico! Du hast gute Laune! Natürlich! So, Nico, was haben wir denn los? Äh, was haben wir denn vor? Also wir haben gerade ein bisschen was gefällt für den Greenscreen Keeling für den TNT Show 3 später. Und noch für die zwei. Grün. Brille auf! Zieh durch! Jo, Nico fehlen mal wieder die Worte. Wir sind hier auf dem Rastplatz. Zweieinhalb Stunden sind wir gefahren. Ich habe den Wagen sauber gemacht, weil Nico es ja nicht auf die Reihe gekriegt. Wie sie heulen geht. Immer kurz gehalten, den Stau überwunden und fahren jetzt weiter. Und wenn wir starten, also wir haben echt viel Zeit eingeplant. Wenn wir es schaffen, kommen wir vielleicht noch heute zur Pressezeit auf die Messe. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Jungs, da ist nämlich mal Seife da. Ja. Filmst du mich jetzt wirklich? Junge, hör mal auf damit, ja? Das war gerade das hässlichste Scheißerlebnis in meinem Leben. War ein Scheißerlebnis, ja? Ja, das war auf jeden Fall nicht schön da drinnen. Wie bitte? Wo ist eigentlich meine Brille hin? Weg! Digga, in deinem Auto verschwinden Sachen. Digga, erst mal deine Brille... Ah, guck mal hier unten. Wie oft sagst du eigentlich Digga am Tag? So oft wie ich's will, Digga. Digga, hier oben ist nichts. Aber guck mal wie... Bäh, was ist denn das hier? Bäh, was ist denn das hier? So, noch 200 Kilometer, zwei Stunden Fahrt und wir sind auf der ProHead & Sound 2017. Vielleicht schaffen wir's noch zum Pressetag, wer weiß das schon? Yo, Toni. Jo, das ist klar. Wir sehen krass aus. Mann! Was nochmal? Ich hab hier keinen Fall. Oh! Sein Handy ist sein Leben. Ich würd mir schon gern ein Auto von da aussuchen. Schaut mal von da hin. Zeig ich überhaupt richtig? Ich weiß gar nicht, ob hier... Ach, egal. Ich seh nix. Ich hab hier nicht krass gefühlt. Komm ich hier runter? Ich brauch mich nicht so fühlen, weil ich spinne. Alter, hier ist echt... Hier ist echt rutschig, yo! Boah! 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 So, Jungs und Mädels! Galba-Headers. Weomethers. Weomethers. Da ist glücklich. Wir sind jetzt schon auf den letzten Kilometern, noch sechs Kilometer. Dann sind wir da! Joa, wir hatten ne ruhige Fahrt. Alles super. Man hat gerade echt schön den Ausbild gesehen. Aber da ist es nicht mehr leider. So, Montagabend! Wir sind in unserem Ferienzimmer. Morgen geht die Musik massale los, also die ProHead & Sound genauer gesagt. Fahrt war sehr entspannt, war so lustig, war sehr cool. Und der Toni sitzt schon da und versucht, irgendwelche Programme zu deinstallieren. Schaut mal, Videoschnittplatz ist schon gemacht, ja, mit kleiner Festplatten-City, man sieht's hier. Freut euch auf morgen, 12 Uhr sollte das erste Standvideo online kommen und immer zwischen 18 und 20 Uhr versuche ich den Vlog hochzuladen des gestrigen Tages. Tonio, hast du was zu sagen? Bis zum nächsten Mal.